Hallo und Willkommen. Hier sind Anna und Ander. Queer Enough, United We Stand. Das Motto des diesjährigen CSD in Karlsruhe passt hervorragend zur gegenwärtigen Corona-Krise, bei der wir einmal mehr erfahren, wie wichtig Solidarität ist. Vielfalt und Buntheit sind ja ein Markenzeichen der queeren Bewegung, denn Vielfalt und Buntheit sind auch ein Ausdruck menschlicher Lebensrealität. Ander, hast du eigentlich auch irgendwas dazu zu sagen? Mal probieren jetzt mit der Vanille. Genial. Erdbeeren, Schoko, Zimt und ein bisschen Kaffee. Der Mürbenteig ist fein. Aus Reis und Kastanienmehl. Was ganz besonderes. Und die Sahne. Dattelsahne. Tolle Erdbeeren, so fruchtig. Von der Bäuerin frisch, vom Wochenmarkt. Und weißt du was? Mir persönlich schmeckt das nur richtig gut, wenn alle Zutaten dabei sind. Darf ich doch. Tja, in diesem Sinn wünschen wir auch dem CSD im Jahr 2020 in Karlsruhe viel Erfolg. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020